hallo hier wieder mal eine folge von antilas ein buch diesmal las ich robin wall kimmerer geflochtenes süßgras so ein helles cover das geht gar nicht darauf das buch ist schon 2013 erschienen aber jetzt erst beim aufbau verlag auf deutsch und es ist der versuch zwei verschiedene zugänge zu natur und ökologie miteinander in das gespräch zu finden und zwar eine nordamerikanische indigene und eine westlich akademische die autorin ist selbst indigene allerdings in einer sozusagen säkularisierten familie aufgewachsen ihr großvater ist als kind entführt worden aus seiner familie gerissen und zwangsverwestlicht erzogen worden in einem internat etwas was vielen indigenen familien passiert ist in usa und sie selbst die autorin ist botanikerin geworden hat also eine akademische ausbildung und entdeckt eigentlich ihre eigenen wurzeln selber wieder dazu gehört zum beispiel auch dass sie die sprache lernt die sprache ihres volkes ihres stammes wird nur noch von neun personen überhaupt gesprochen und ist also für sie auch eine totale fremdsprache das was kulturell vorstellbar ist in der gesellschaft finde ich immer spiegelt sich total in den möglichkeiten die die sprache bietet und deshalb war das so die stellen die mich sehr interessiert haben zum beispiel dass so eine sache wie gibt mir bitte das salz in der sprache ihrer vorfahren nicht das wort bitte enthält und zwar deshalb weil das konzept also weil man weil das keinen sinn macht um etwas zu bitten worauf man eigentlich einen anspruch hat und weil das ansprechen anderer personen sowieso immer respektvoll geschieht also es gibt gar keinen sinn bitte einzufügen sowas finde ich zum beispiel spannend oder auch dass eine wichtige unterscheidung ist ob man über belebte oder unbelebte dinge spricht also zum beispiel einen ein tier hört man anders als man ein flugzeug hört wobei die grenze zwischen belebt und unbelebt nicht ist ja das was im westen für belebt und unbelebt gehalten wird sondern eher unverändert durch den menschen oder kulturell beeinflusst also einen berg hört man genauso wie ein tier zb oder eine andere sache auch dass es viel mehr werben gibt als substantive weil zum beispiel bestimmte sachverhalte wie eine bucht nicht ein ding sind die als ding angesehen sind sondern als etwas was das wasser macht und die sprache ist da nur ein teil ein viel größerer teil geht um das verhältnis der nach zur natur zu den pflanzen das der untertitel des buches heißt auch die weisheit der pflanzen damit habe ich es nicht so also pflanzen und ich wir kommen nicht so gut miteinander aus oder ich nicht mit den pflanzen also generell also mich interessiert eher der kulturelle teil wie können verschiedene wissenssysteme verschiedene arten die welt zu sehen miteinander in beziehung treten wenn die logik sozusagen völlig unterschiedlich ist und tatsächlich ist es wahrscheinlich eines der großen verbrechen kolonialistischer kulturen diese art wissensformate wissenskosten ausgerottet zu haben eigentlich sind es keine einsichten in die natur sondern vielmehr eine andere praxis der welt gegenüber und da hat sie auch sehr viele beispiele an denen sie das deutlich macht dass es ja kein kein mysterium ist das indigene wissen sondern einfach eine andere art sich zu verhalten und das eben sprache praxis alltägliche praxis im handeln und denken und erfahren und wissen einfach miteinander verwoben sind und je mehr unterschiedliche arten wir haben zu sprechen und der welt zu begegnen desto reicher kann eigentlich die menschliche kultur sein zum beispiel ein interessanter punkt der mich auch an das buch vom von anna löwenhoff zingen der pilz am ende der welt das ich kürzlich hier in der reihe hatte erinnert hat war eine bestimmte kritik an der westlichen vorstellung ist ein gutes verhältnis zwischen menschen und natur darin besteht dass man die natur in ruhe lässt also die unberührte natur als das ideal wohingegen sie sagt dass das richtige verhältnis ist wenn menschen aktiv in der natur sind aber auf eine gute weise auf eine näherende nachhaltige weise und und ich denke dass das tatsächlich so ein kern des problems der westlichen kultur ist diesen dualismus halt zu haben und der dualismus äußert sich ebenso in dem ausbeuten der natur wie er sich eben auch darin äußert das gegenteil zu machen also den mensch als nur als ein problem zu sehen wenn wenn wir über den menschen als problem immer reden dann üben wir auch die praxis ein dass wir uns selbst als problem sehen und kommen gar nicht auf die idee dass man auch gut in der natur gestalten und was verändern kann also robin wall kimmerer geflochtenes süßgras